. . . . . . . . Hast du gehört von dem Morgen? Ich bin gerade erst gekommen. . 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 Was hätte ich denn machen sollen gegen Vater? Für den, der seinen Sünden weichtut, steht das Haus des Herrn immer offen. Nur bei der Barbara, da hat der Mörder des Medaillons vom Hals gerissen. Ihr seid alles gute Menschen. Aber wenn dann sechs erschlagen werden, dann war es der Teufel. Ich verstehe schon, warum die Leute dich Hexe nennen. Du bist bösartig. Ich habe ihn neulich gesehen, den Höllenfürsten.